Hallo, da bin ich wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich habe immer gesagt, wir sind alle verschieden. Niemand hat deine Fingerabdrücke. Niemand hat deine Geschichte. Niemand hat dein Lachen. Niemand fühlt und denkt wie du. Niemand ist wichtiger als du. Ja, ihr Lieben, das muss immer gesagt werden, ne? Wahre Worte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.